Uwe Jelinek ist ein deutscher Synchronsprecher und Schauspieler. Leben! Der gelernte Binnenschiffer begann 1977 seine dreijährige Schauspielausbildung an der staatlichen Schauspielschule Berlin und wirkte in der Folgezeit als Darsteller am Theater der Stadt Schwedt mit, gefolgt von Gastspielen an verschiedenen Bühnen und Spielstätten. Parallel dazu startete er Anfang der 1980er Jahre auch eine Karriere als Film- und Fernsehschauspieler für die ostdeutsche Filmproduktionsgesellschaft DEFA sowie für das Fernsehen der DDR. In einer größeren Nebenrolle die des sehr unbeholfenen Soldaten Hunter wirkte Jelinek in Konrad Petzols Indianer Film Der Scout mit. Weitere Film- und Fernsehaufgaben schlossen sich an. Auch nach der Wende konnte er seine Karriere fortsetzen und spielte in Episoden und Hauptrollen in Kino- und Fernsehfilmen mit, wie beispielsweise Wolfsrevier, Helikopps-Einsatz über Berlin oder Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Sein Sohn Julius Jelinek ist ebenfalls als Schauspieler und Synchronsprecher tätig. Filmografie, 1980, Die Verlobte, 1981, Die Kolonie, 1982, Dein unbekannter Bruder, 1983, Der Scout, 1984, Kaskade rückwärts, 1984, Polizeiruf 110, Inklusive Risiko, 1985, Polizeiruf 110, Lass mich nicht im Stich, 1986, Polizeiruf 110, Ein großes Talent, 1987, 1987, Sansibar oder der letzte Grund, 1991, Ende der Unschuld, 1998, Der Mörder in meinem Haus, 2006, Franz plus Polina, 2010, Lotta und die alten Eisen.